Meine Kämpfe – Eine Autobiografie von Alexander Betranowski Kapitel 1 – Gebrochen Rote Lichter, sie sehen aus wie Laserstrahlen, schwirren mit enormem Tempo hinter einer schwarzen, halbdurchsichtigen Glasscheibe umher. Der Anblick beunruhigt mich. Dieser gesamte Apparat, unter dem ich liege, beunruhigt mich. Er sieht aus wie ein großer, steriler Halbbogen. Alles in diesem Raum ist steril und weiß, bis auf die hektischen Laserstrahlen. Ihr Schwirren wird langsamer. Sie kommen schließlich komplett zur Ruhe und für einen kurzen Moment ist es still. Ich starre an die Decke. Die Türe zum Nachbarzimmer geht auf. Ein wertiger Mann mit grauem Haaransatz betritt den Raum. Er trägt eine hellbraune Lederjacke und wirkt, als wäre er gerade hierher geeilt. Sein Schlüsselbund hängt noch halb aus seiner Hosentasche heraus. Wieso trägt er überhaupt Zivilklamotten? Er blickt mich mit besorgter Miene an. Junger Mann, bitte bewegen Sie sich nicht. Was stimmt denn nicht, frage ich. Ihre Wirbelsäule ist kaputt. Kaputt? Was heißt das? Nun ja, er will nicht so recht mit der Sprache herausrücken. Ich sehe ihm an, dass es ihm nicht leicht fällt, mir meine Frage zu beantworten. Widerwillig tut er es dann doch. Seine Antwort ist kurz. Er spricht sie in einer Sekunde aus. Sie ist gebrochen. Schock. Die Zeit steht still. Ich kann nicht mehr klar denken. Sprechen kann ich auch nicht mehr. Was antwortest du, wenn dir jemand sagt, dass dein Leben, so wie du es bisher kanntest, für immer vorbei ist? Ich weiß darauf keine Antwort. Gebrochen? Das Wort gebrochen schwirrt mir im Kopf umher. Ja, ich war ins Krankenhaus gegangen, weil meine Wirbelsäule nach dem Unfall heute Abend extrem schmerzte. Aber gebrochen? Nie im Leben hätte ich damit gerechnet. Ich ging fest davon aus, dass man mich in den Computertomografen schiebt und mir hinterher sagt, ich habe mir die Wirbelsäule geprellt. Danach zwei Wochen Ruhe und ich wäre wieder topfit. Davon ging ich aus. Wir werden sie jetzt vorsichtig vom Untersuchungstisch in ein Bett verlagern. Vorsichtig. Es gefällt mir nicht, wie der Assistent, der vorhin bereits meine Untersuchung vorbereitet hatte, das Wort vorsichtig ausspricht. Und es gefällt mir ganz und gar nicht, wie sich schlagartig sein komplettes Verhalten ändert. Nicht, dass er bei der Vorbereitung der Computertomografie ruppig oder hastig gewesen wäre. Aber jetzt behandelt er mich plötzlich, als wäre ich aus Zucker. Auch sein Gesichtsausdruck hat sich komplett gewandelt. Er wirkt sehr besorgt und bestürzt, während er mir ganz langsam hilft, mich ins Bett zu legen. Bleibe ich über Nacht hier? Sind die ersten Worte, die mir nach der Überbringung der Hiobsbotschaft aus dem Mund kommen. Es ist eigenartig, was für banale Gedanken einem durch den Kopf schießen, wenn man unter Schock steht. Ich frage mich, ob ich wohl planmäßig morgen früh meinen Zug zurück nach Hause werde nehmen können. Schließlich habe ich Zugbindung und das Ticket ist ja auch schon bezahlt. Ich werde aus dem Untersuchungszimmer geschoben. Der bärtige Doktor in Zivil ist genauso schnell wieder weg, wie er aufgetaucht war. Offenbar hatte man ihn extra für meinen Fall mitten in der Nacht ins Krankenhaus beordert. Wohl ein Spezialist für Verletzungen an der Wirbelsäule. Er eilt durch den Flur und verschwindet aus meinem Sichtfeld. Wenige Sekunden später kommt ein Doktor in weißem Kittel auf mich zu. Er stellt sich vor. Ich vergesse seinen Namen sofort wieder. Sie haben sich einen ihrer Brustwirbel gebrochen. Wir behalten sie jetzt vorerst hier. Mindestens für zwei Wochen. Sie bleiben die ersten Tage im Bett liegen und bekommen von uns Mittel gegen die Schmerzen. Muss ich diese Schmerzmittel nehmen? Hm, irgendwie komisch. Ich frage nicht danach, ob und falls ja, wann ich wieder gesund werde. Stattdessen frage ich, ob ich die Einnahme von Schmerzmitteln verweigern könne. Der Arzt ist sichtlich verwundert über mein Verhalten und runzelt leicht verdutzt die Stirn. Als wolle er sagen, wenn sie glauben, dass sie das tatsächlich ohne Schmerzmittel durchziehen können, nur zu. Viel Glück, sie werden es brauchen. Was er aber wirklich sagt ist, zwingen können wir sie dazu nicht. Wie auch immer, meine Einstellung scheint ihm zu imponieren. Wie ich während dieses Krankenhausaufenthalts noch feststellen sollte, ist eine tapfere Kämpfereinstellung das beste Mittel, um Krankenhauspersonal, vom Pfleger bis hin zum Oberarzt, zu beeindrucken. Der Kittelträger verschwindet mit dem Hinweis, dass er sich die kommenden Tage gut um mich kümmern werde. Nun vergehen einige Minuten. Diese Minuten sind für mich die erste Chance, ansatzweise zu realisieren und zu begreifen, was hier gerade passiert ist. Ich habe mir die Wirbelsäule gebrochen. Sitzen Leute, die sich die Wirbelsäule gebrochen haben, normalerweise nicht im Rollstuhl? Ich sitze nicht im Rollstuhl. Ich liege in einem Krankenhausbett. Und warte. Eine Pflegerin kommt zu mir. Bevor sie etwas sagen kann, frage ich sie mit tiefem Blick in die Augen. Ich hatte ziemliches Glück, oder? Sie presst die Lippen zusammen und verzieht die Mundwinkel. Auf meine Frage antwortet sie zwar nicht, aber ihre Mimik und ihr langsames, zaghaftes Kopfnicken sagen mehr als tausend Worte. Währenddessen bin ich damit beschäftigt, mir meine Piercings wieder einzusetzen. Der Hauptgrund für die Computertomographie war eigentlich der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung. Da man bei solchen Untersuchungen im Bereich des Kopfes keine Piercings tragen darf, hatte ich sie alle rausgenommen. Ursprünglich wollte man nur sicher gehen, dass mein Gehirn keinen schlimmen Schaden davon getragen hat. Um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, entschloss man sich, auch noch meine Wirbelsäule zu scannen. Sicher ist schließlich sicher. Im Liegen und ohne Spiegel ein Augenbraunpiercing wieder einzusetzen, das ist gar nicht so einfach. Ach, plötzlich fällt mir eine der beiden Kugeln herunter. Mist, denke ich mir. Keine Ahnung, ob sie ins Bett gefallen ist oder auf den Boden. Ein junger Bettenfahrer macht mich bereit für die Fahrt auf meine Station. Ich frage ihn, ob er irgendwo eine Piercingskugel sieht. Er sucht sowohl auf dem Boden als auch in den Falten meines Bettlagens und meiner Decke. Alleine kann ich das nicht. Ich darf mich ja schließlich nicht bewegen. Es tut sogar weh, den Kopf nur leicht zur Seite zu drehen. Keine Piercingskugel in Sicht. Suche erfolglos. Tut mir echt leid, ich kann sie nicht finden, sagt der Fahrer, bevor er die Bremse löst und mich den Flur entlang schiebt. Ich realisiere, dass ich jetzt erst einmal mehr als genug Zeit haben werde, um solche Dinge zu tun, wie eine doofe Kugel festzuschrauben. Wäre mir das vor zwei Minuten auch schon klar gewesen, dann hätte ich damit gewartet, bis ich auf meinem Zimmer bin. Übersprungshandlung nennt man so etwas im Tierreich. Ich wollte nicht wahrhaben, dass ich ernsthaft verletzt bin, sah keine Möglichkeit zur Flucht, stand daher im Konflikt und nutzte deswegen instinktiv die erstbeste Chance zur Ablenkung. In diesem Fall Körperpflege. Zumindest Körperpflege im weitesten Sinne. Und da ich kein Fell habe, das ich putzen kann, kam mir das Einsetzen meiner Piercings gerade recht. Es ist nicht nur eigenartig, was für banale Gedanken einem durch den Kopf schießen, wenn man unter Schock steht. Nein, es ist auch sehr erstaunlich, was für unsinnige und unwichtige Handlungen man ausübt. Während ich durch die Gänge gefahren werde, erhasche ich einen kurzen Blick in den Wartebereich. Dort stehen Emily und Marco, zwei gute Freunde von mir, mit besorgten Gesichtern. Sie haben keinerlei Ahnung, wie es um mich steht. Ich winke ihnen zu. Marco sieht für den Bruchteil einer Sekunde in meine Richtung. Dieser Sekundenbruchteil reicht aus, um in seinen Augen zu sehen, wie viele Sorgen er sich ganz offensichtlich um mich macht. Doch ich sehe nicht nur Sorge, sondern auch Schock. Dass ich nicht auf meinen eigenen Beinen gehen kann, beunruhigt ihn. Station A4, Zimmer 405. Dort endet die kurze Fahrt durchs Krankenhaus. Merk dir diese Zahlen, denke ich mir, denn meine Freunde werden wissen wollen, wo ich liege. Der Raum steht leer, obwohl es sich um ein Dreibettzimmer handelt. Samstag Nachts ist scheinbar kein populärer Zeitpunkt für einen Aufenthalt im Krankenhaus. Ich habe die freie Auswahl, wo mein Bett stehen soll. Am Fenster, in der Mitte, direkt vor dem Fernseher oder neben der Badezimmertüre. Meine Wahl fällt auf letztere Option aus rein pragmatischen Gründen. Schließlich ist es sicherlich praktischer, keine langen Wege gehen zu müssen, um mal kurz einen Abstecher auf die Toilette zu unternehmen. Das Bett wird verkabelt und ich werde nicht nur mit der Bedienung meiner Rückenlehne, des Hilfeknopfes zum Herbeirufen von Personal und dem Lichtschalter vertraut gemacht, sondern auch mit der Urinflasche neben meinem Bett und mit der Pfanne darunter. Wenn ich letztere nutzen will, um mein großes Geschäft zu erledigen, soll ich vorher einen Pfleger zur Hilfe rufen. Aha, damit hat sich die Sache mit dem Abstecher auf die Toilette auch erledigt. Zumindest bis ich wieder fit genug bin, um dieses Bett zu verlassen. Ich fasse sofort den Entschluss, mir nicht die Blöße zu geben, zur Darmentleerung nach Hilfe zu rufen. Bevor ich meine Gedanken wirklich sortieren kann, betreten Emily und Marco das Zimmer. Sie beschweren sich darüber, dass ihnen ewig lang niemand gesagt hat, wie es mir geht. Immerhin vergingen zwischen meiner Anmeldung in der Notaufnahme und dem CT-Scan über anderthalb Stunden. Es ist inzwischen ein Uhr nachts. Eigentlich ist die Besuchszeit schon längst vorbei, aber ich bin mehr als froh, Gesellschaft zu haben. Ich erzähle den beiden, was mir die Ärzte gesagt haben. Wir reden. Eine Stunde vergeht. Zwei Stunden vergehen. Die beiden merken, dass ich nicht allein sein möchte, aber da ich sie schlecht in meinem Zimmer übernachten lassen kann, verschwinden sie kurz nach drei Uhr. Sie versprechen mir aber, am nächsten Morgen wieder vorbeizuschauen. Ich umarme sie, so gut das eben geht, wenn man sich nicht nach vorne beugen kann. Und dann sind sie weg. Das Zimmer ist leer. Schrecklich leer. Ich bin viel zu aufgewühlt, um an Schlaf auch nur denken zu können. Mir schießen eine Million Gedanken durch den Kopf. Meine Wrestling-Karriere ist vorbei. Ich werde Zeit meines Lebens behindert sein. Warum ist das passiert? Zehn Jahre Wrestling-Karriere. Einfach vorbei. Ich muss hier raus. Wieso habe ich nicht besser aufgepasst? Ich schaffe das nicht. Wofür bestraft mich Karma? Ich möchte nicht mehr leben. Ich möchte nicht mehr leben. Wie bringe ich mich um? Ich kann nicht aufstehen und aus dem Fenster springen. Das würde eh nichts bringen. Wir sind hier nur im vierten Stock. Ist das wirklich passiert? Vielleicht ist das hier nicht real. Vielleicht ist das hier nicht real. Vielleicht wache ich morgen früh auf und das ist alles nur ein schlechter Traum. Ist das alles nur ein schlechter Traum? Bitte lass mich morgen früh aufwachen und das alles nur geträumt haben. Lass mich das alles nur geträumt haben. Alles nur geträumt haben.